Hey, Könners! Wie mit der Hand wackelt, hallo? Es gibt ein neues CSGO-Update, und zwar Easy for Vertigo. Ich geh mal darüber. Vertigo ist ja jetzt in die aktive Pflicht hineingezogen worden und Cash wurde auf die Reserve gestellt, eben, um dran zu arbeiten, um es zu renovieren, wie wir sie hier schreiben. Uh. Des Weiteren gibt es ein neues Music-Kit, und zwar hier vom finnischen Radio-Charts, oder aus den finnischen Radio-Charts, äh, in unser MVP-Panel. Da f- Irgendwas. Sie kümmern sich um uns, die Volvos, die kümmern sich. Tja, und dann gibt es noch hier mein persönliches Highlight, und zwar neue Stickerlins. Und zwar extrem geile Stickerlins. Schaut sie euch mal an. Lurker. Wie edel. Leute, wie edel. Da. Guck mal da. Sieht echt richtig geil aus. Oh, guck mal, du, der Peacemaker. Oh. Bite me. Oh. First Blood. Gucken dann, oh. Baited. Das wird der ein oder andere vielleicht ungern auf seiner Waffe haben, aber naja. Oh, guck mal da. Kack. Oh. Ey, der Skorpion sieht ja richtig sick aus. One Sting. Free Hugs. Sehr schön, sehr schön. Und hier noch ein Scavenger. Das waren jetzt alle Holos. Dicker. Ich glaube, es gibt dieselben nochmal in Nicht-Holo. Wollte, die muss ich jetzt nicht nochmal aufmachen, oder? Obwohl. Sind die Farben vielleicht ein bisschen stabiler in Nicht-Holo? Nee, nicht wirklich. Nee, 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 nee. Ich glaube sogar, dass das ja mein Liebling wäre aus der neuesten Kollektion. Übrigens ist jetzt Livestream, gell? 22 Uhr kommt dazu. Nicht vergessen, ne? Link steht in der Beschreibung. Und auch ganz oben angepinnt in den Kommentaren. Ich denke, das ist so mein Liebling. Wie sieht's bei euch aus? Lurker? Toxic? Bite me? First Blood? One Direction? Oder Klackenbell? Gute Frage. Jetzt hoffen wir natürlich ganz fest noch auf ne dicke Operation, Leute. Also jetzt aber zack, zack. Komm. Macht mal ne Operation. So. Ich hab's in der Geschichte, keine Sorge. Was? Livestream. 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 Pssst. Pssst. Pssst.